hier mal wieder doro für euch aus dem weißen studio in berlin friedrichshain ich begrüße heute ganz herzlich vladys unseren allerersten schnell zeichner und vladi sag mal was für dich genauso anstrengend wie für mich als modell überhaupt nicht anstrengend hat mir sogar spaß gemacht das ist dein beruf also damit verdienst du dein geld ja ich mache nur das und habe keine zeit was an das machen weil das ist große spannung psychische spannung beim porträt zeichnen und nach ja nach ein paar stunden arbeit hat man kein kraft was anders zu machen und du zeichnest tatsächlich acht stunden am tag durch ja das ist vom wetter abhängig kommt davon was ein wetter ist also ein schön wetter zeichner kann man so sagen darum ich achte immer dass schönes wetter ist und klares himmel erzähl mal du bist ich lese gerade dass du diplomierter künstler bist erzähl doch mal unseren zuschauern was zu deinem werdegang ich habe vier jahre lang kunstgymnasium gelernt danach vier jahre lang für kunstlehrer studiert pädagogik drei jahre lang als lehrer gearbeitet nach vertrag aber ich wollte kein lehrer sein darum ich habe weiter kunst akademie studiert noch sechs jahre lang und fertig ausgezeichnet so diplom künstler und wie bist du zum schnell zeichnen gekommen ja das war mein kindertraum ich wollte immer die leute zeichnen porträts oder lustige karikaturen wie domier oder richtige porträte wie brüllof carl brüllof er hat alle wichtige prominente leute und eigene zeit damals gezeichnet und bloß mit weißen handschuhen ladis wo kann man dich denn finden wo zeichnest du denn ja ich zeichne immer in berlin immer draußen auf die straße wo erlaubt ist und kann mich telefonisch erreichen so dann kannst du jetzt mal in diese kamera dein zuschauern sagen wie man dich am besten erreichen kann die nummer aus meine nummer zu sagen 0 1 5 2 14 10 18 18 und ich habe noch eine satznummer wer nicht in kopf gerade also ruft für bladis an